Hallo, hallo Leute! In diesem Video möchte ich euch erklären, wie genau man den Schritt mit den Druckluftventilen auf Gorot Krovi macht. Und zwar müsst ihr für das Haupteaster Egg mehrere Schritte befolgen, wozu unter anderem auch dieser Schritt dazu gehört. Um den Code für Sophia zu erhalten, müsst ihr die Luftrohre in einer bestimmten Kombination ändern, damit ihr den Code entnehmen könnt und somit mit dem Easter Egg fortfahren könnt. Viele Spieler haben mit diesem Schritt Probleme, weil es insgesamt 30 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten gibt, um man nur eine bestimmte Zeit hat, um diesen Schritt zu erledigen. Profs gehen hier auf jeden Fall zu xpljesus, der auf Reddit ein Guide erstellt hat für alle möglichen Kombinationen. Link dafür gibt es natürlich eine Beschreibung. Alles, was ihr nun machen müsst, ist, nachdem ihr den Generator im Pep House angestellt habt, also bei Pack-Up-Handstrom angestellt habt, ist zurück durch das Abwasser zu kommen und einmal das Rohr mit dem grünen Licht und einmal das verstopfte Rohr mit dem Code zu finden. Die Rohre, die ihr braucht, die findet ihr an sechs verschiedenen Orten auf dem Map. Einmal im Dragon Command, einmal im Department Store, einmal im Supply Depot, einmal Armory, einmal in der Infirmary und einmal in der Tankfang. Sobald ihr die grüne Lampe und das verstopfte Rohr gefunden habt, könnt ihr nun einfach auf die Tabelle gucken, die ihr euch erstellt habt, welche Zahlen ihr wo eingeben müsst. G steht hierbei für die grüne Lampe und T steht für Tube, also das verstopfte Rohr. Diese Methode funktioniert zu 100% und ihr habt den Schritt ganz, ganz schnell hinter euch. Sobald ihr die richtige Kombination eingegeben habt, könnt ihr den Code einfach entnehmen und ihn dann Sophia geben. Ich zeige euch nun alle 30 verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten geordnet nach dem Ort, wo ihr das grüne Licht findet. Ihr könnt das Video dann einfach an der Stelle pausieren, wo ihr es braucht und euch die Kombination aufschreiben oder einfach nachgucken und sie dann eingeben. Falls euch das so umständlich ist, habe ich auch noch mal alle sechs Kombinationen als Giasus in die Beschreibung gepackt. Ja, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, damit schafft ihr das Easter Egg leichter. Über ein Abo würde ich mich wirklich sehr freuen und für mehr Tutorials und News sehen wir uns dann im nächsten Video.